Willkommen zurück, heute die erste Theorie der Moralphilosophie und des damit zusammenhängenden Utilitarismus. Wir sprechen heute über das Prinzip der Nützlichkeit von Jeremy Bentham. Eigentlich beschreibt der Name das Prinzip schon ganz gut. Bei einem sogenannten Rechenexempel sollen Freude und Leid auf kurz-, mittel- und langfristiger Basis gegeneinander abgewogen werden. Hierzu wird die sogenannte Benthamische Skala zu Rate gezogen. Klassischerweise reicht diese von minus 10, größtmögliches Leid, bis 10, größtmögliche Freude. Man kann aber auch einfach getrennte Tabellen für Freude und Leid machen. Die Bewertung hängt hier von vier Faktoren ab. Intensität, Intensity, Dauer, Duration, Wahrscheinlichkeit des Eintretens, Certainty und zeitliche Nähe, Propinkity. Nehmen wir hier einfach mal ein praktisches und sehr klassisches Beispiel. Ein Flugzeug mit 100 Insassen wird von Entführern auf ein Gebäude mit etwa 300 Menschen zugesteuert. Dank des Fehlens verlässlicher Quellen dazu sagen wir einfach mal, es sind noch 20 Soldaten am Einsatz beteiligt. Sollte das Flugzeug abgeschossen werden, um die Menschen im Gebäude zu retten oder darf nichts getan werden. Hierbei ist zu beachten, dass immer auch die Menge der direkt Betroffenen mit einbezogen werden muss. Ihr dachtet schon, Mathematik wäre man in der Philosophie los. Nehmen wir also zwei gedankliche Tabellen. Eine für die entstehende Freude und eine für das entstehende Leid. Um das Ganze kurz zu machen, habe ich die Tabellen einfach mal im Voraus ausgefüllt. Eigentlich müsste ein solcher Fall in einem Plenum entschieden werden, da hier viel Interpretationsfreiraum ist, aber das geht in meinem Fall nun leider nicht, wenn ich nicht gerade zufällig weitere Persönlichkeiten entwickle. Wir sehen hier also, dass die Rechnung im Fall Flugzeug wird abgeschossen folgendermaßen aussieht. Kurzfristig 10 für die Flugzeuginsassen, sterben ist immer eine 10, mal 100 gleich 1000 für das Flugzeug auf kurzfristiger Basis. Für länger und mittelfristig wäre es eine 0, weil das Todsein im Utilitarismus relativ egal ist. Und so weiter und so weiter. Ich erspare euch mal den Rest und zeige euch gleich das addierte Ergebnis. 3880. Vergleichen wir das Ganze mal mit der Tabelle für den Fall, dass man Flugzeug und Gebäude gegeneinander krachen lässt. Das Ergebnis für diese Tabelle ausgehend von der Zahlung wäre dann 4180. Jetzt müsste man das gleiche theoretisch noch für die entstehende Freude durchrechnen, aber ich denke wir alle können uns darauf einigen, dass bei einer Katastrophe wie im angesprochenen Fall der Braten dadurch auch nicht mehr fett gemacht werden würde. Ihr habt das Prinzip verstanden, denke ich. In diesem Fallbeispiel bestünde also eine Differenz, die zu dem Ergebnis führen würde, dass das Flugzeug abgeschossen werden müsste, um die größere Anzahl an Menschen zu retten. Und das ist auch das grundlegende Prinzip. Die größtmögliche Freude für die größtmögliche Anzahl an Betroffenen. Sehr pragmatisch. Das Interessante daran ist, dass das erst einmal wenig mit dem zu tun hat, was man normalerweise unter Moral versteht. Ich würde es an dieser Stelle dann auch erstmal dabei belassen, das Prinzip der Nützlichkeit sollte damit eigentlich einigermaßen klar geworden sein. Wir werden dem Utilitarismus noch in genügend Videos zu Leibe rücken. Bis dahin, viel Spaß!